ja guten morgen da bin ich mal wieder so jetzt versuche ich mal wieder ein bisschen was an der lotharstraße zu finden das heißt mal sehen was heute hier so vorbeikommt wetter ist auch mal angenehm die sonne knallt nicht mittleres wetter kein regen und dann schauen wir mal so Stuttgart WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR